Willkommen auf meinem Kanal. Wollt ihr mehr sehen? Abonniert mich einfach. Heute war ich für euch zu Gast im Berliner Fernsehturm. Ich habe viele schöne Bilder gemacht, die ich euch hier gerne in einer Galerie präsentiere. Berlin von oben, Stadtansichten XXL Berlin Panorama. Wenn euch das Video gefällt, macht einfach ein Abo, Like oder Kommentar. Vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020